Schalom zusammen und Gottes Segen, willkommen zu einem weiteren wichtigen Video hier auf meinem Kanal Endzeit Reporter MCM. Ich danke dem Herrn dafür, dass ich heute die Möglichkeit habe, mit euch über ein sehr wichtiges Thema sprechen zu dürfen. Es geht nämlich um das Licht der Endzeit, genauer gesagt um das Gleichnis der 10 Jungfrauen aus Matthäus 25 und auch wenn sich wahrscheinlich schon viele mit diesem Gleichnis beschäftigt haben, bete ich trotzdem zum Herrn dafür, dass euch mit Gottes Hilfe während des Videos ein Licht aufgeht, denn genau darum geht es auch in diesem Gleichnis. Wir wissen, 10 Jungfrauen sind im Spiel, davon sind 5 töricht und deren Licht ist ausgegangen in der Endzeit, aber 5 Jungfrauen waren weise und deren Licht leuchtete bis zur Wiederkunft unseres Herrn. Und wir wissen, von dieser Welt, die in der Finsternis zu versinken droht, haben wir nicht mehr viel zu erwarten, weil sie vom Satan beherrscht wird. Deswegen setzen wir unsere Hoffnung auf die zukünftige Welt, auf das Königreich Gottes auf Erden und auf das neue Jerusalem, wo unser König Jeschua Hamaschiach regieren wird und wir, so Gott will, mit ihm. Und gerade in dieser Welt, die wirklich immer finsterer wird, immer dunkler wird, müssen wir unser Licht als Christen immer mehr leuchten lassen, genauso wie die Sterne ja ebenfalls nur zu sehen sind, wenn es dunkel wird, so müssen auch wir zu sehen sein in der Endzeit, wenn die Finsternis zunimmt. Deswegen ist dieses Video nicht nur sehr wichtig, was die aktuelle Zeit heute angeht, sondern speziell auch, was die Endzeit betrifft. Ich würde vorschlagen, dass wir uns mit den Versen 1 bis 5 zunächst auseinandersetzen, bevor wir uns danach auch die Verse 6 bis 13 anschauen. Also fangen wir an zu lesen in Matthäus 25, Abvers 1, wo Jesus sagte, Und das darf uns natürlich nicht passieren, weil wir laut Bibel ja alle Zeit wachsam bleiben sollen, weil der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wir wissen, in der Nacht kann man natürlich nur schlafen, wenn das Licht aus ist, aber wenn wir das Licht anlassen, dann schlafen wir nicht ein und dann erkennen wir auch, wenn der Dieb in das Haus sozusagen einbricht. Und deswegen ist es, wie gesagt, wichtig, unser Licht leuchten zu lassen. Bevor wir uns anschauen, was es mit dem Öl und mit den Lampen und so weiter auf sich hat, schauen wir uns zunächst einmal das Reich der Himmel an und was Jesus darüber zu sagen hat, weil wir hier auch etwas chronologisch vorgehen wollen. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 21, Und das hat Jesus ja immer getan. Wir wissen, im Garten von Gethsemane sagte Jesus, Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und auch im Vaterunser lesen wir ja bereits, dass der Wille des Vaters geschehen soll, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und was bedeutet es, den Willen Gottes zu tun? Im Psalm 40, Vers 9 heißt es, Deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen. Das ist heute leider nicht bei allen Christen der Fall. Ich würde sagen, bei den wenigsten, weil ja das gesetzlose Christentum aus Rom im 4. Jahrhundert sehr viele Gebote Gottes abgeschafft oder verändert hat und deswegen auch die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird in der Endzeit und heute schon bereits überhand genommen hat. Und deswegen lesen wir auch in Hosea 8, Vers 12 und in Saharia 7, Vers 12, Und das betrifft natürlich heutzutage vor allem die Christen auf der Welt, die glauben, dass die Gebote Gottes etwas Fremdes sind. Schabbat, Speisegebote, Passa, Laubhüttenfest, das ist ja von den Juden, das ist ja nicht für uns Christen, weil wir haben ja jetzt den Weihnachtsmann und den Osterhasen und die Sonntagsheiligung und so weiter. Aber genau das ist ein wichtiger Trugschluss, denn auch in Jeremiah 7 lesen wir, dass das Volk Gottes glaubt, nur weil sie gerettet sind, meinen sie auf einmal, dass sie verschiedene Gräuble gehen könnten, als sei das jetzt mit dem Willen Gottes vereinbar, was natürlich nicht der Fall ist. Denn wenn wir hier lesen, dass das Gesetz Gottes in unseren Herzen sein soll und dass viele ihre Herzen hart gemacht haben und das nicht hören wollten, was in den Gesetzen Gottes steht, das ist natürlich etwas, was dem neuen Bund des Neuen Testaments absolut widerspricht, denn in Hebräer 10, Vers 16 heißt es, das ist der Bund, der neue Bund, den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr, ich will meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie in ihre Sinne schreiben. Und wir wissen, das Fundament des Gesetzes Gottes sind die 10 Gebote und wir lesen ja hier auch von 10 Jungfrauen und die ganzen Gebote Gottes befinden sich in der Tora, in den 5 Büchern Mose und so sind auch hier 5 Jungfrauen weise, während die anderen 5 Jungfrauen töricht sind. Schauen wir uns den nächsten Punkt an und beschäftigen wir uns kurz mit dem Bräutigam, der ja ein Abbild auf den Herrn Jesus Christus darstellt und wir wissen auch, dass die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk auch mit einer Ehe verglichen wird, in dem Gott der Ehe Herr ist und die Frau das Volk Gottes darstellt. Und wir wissen auch, dass das Haus Israel Ehebruch begangen hat und sich deswegen Gott von seinem Volk von den 10 Stämmen hat scheiden lassen. Dieser Scheidebrief, der ging nicht an das Haus Judah, sondern nur an die 10 Stämme des Hauses Israel, zu denen wir als Christen, die wir keine Juden sind, ihr auch dazu gehören. In Jeremia 3, Vers 8 heißt es, Und so wissen wir, dass zwar auch Judah Hurerei betrieben hat, aber Gott sich hat nur scheiden lassen von den 10 Stämmen des Hauses Israels, weil sie anderen Göttern gedient haben und sozusagen ihrem wahren Gott fremdgegangen sind. Und das hat natürlich verheerende Konsequenzen, denn das bedeutet, dass eigentlich das Volk Gottes, die 10 Stämme des Hauses Israels, verloren sind. Aber Gott hat natürlich auch hier eine Lösung gefunden und zwar durch seinen Erlöser, Jesus Christus. In Römer 7, Abvers 1 heißt es, Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, das kann man heute nicht von allen Christen sagen, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt, denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Und deswegen gab es nur eine Lösung für Gott, den Bund mit seinen 10 Stämmen des Hauses Israel zu erneuern, indem der Bräutigam für seine Braut, der Eheherr für seine Frau stirbt, um damit den Bund zu erneuern und seine Braut erneut zu heiraten. Deswegen sind wir heutzutage sozusagen verlobt mit dem Herrn, denn die Hochzeit des Herrn steht ja auch bevor. Wir schauen uns zunächst einmal Matthäus 25, Vers 24 an und lesen, Es ging also darum, dass Jesus sein Volk, für das er gestorben ist, wieder heiraten kann und deswegen musste er für sein Volk sterben, aber Gott sei Dank ist dann natürlich von den Toten auferstanden und kann deswegen seine Braut, laut dem Buch der Offenbarung, wie wir gleich lesen, wieder heiraten. Wir lesen in Johannes 8, Abvers 3 von der Ehebrecherin, Und hier diese Ehefrau bzw. diese Ehebrecherin ist natürlich auch ein Abbild auf das Haus Israel, die Ehebruch begangen hat und Jesus sagte auch, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu retten und deswegen hat Jesus seine Ehefrau bzw. die Ehebrecherin auch nicht verurteilt, weil er ja für sie sterben würde, aber er sagte zu ihr, gehe hin und sündige nicht mehr, was auch auf das Haus Israel bezogen ist, weil das Haus Israel ja die Gebote Gottes abgeschafft und verändert hat, dass das Haus Israel nicht mehr sündigen soll, also nicht mehr die Gebote Gottes brechen soll, denn die sollen ja in unsere Herzen geschrieben werden. Und dann geschieht in Offenbarung 19, Abvers 7 folgendes, Und so müssen auch wir als Volk Gottes, als Braut des Messias bereit sein auf die Wiederkunft unseres Herrn und Bräutigams Jesus Christus und dürfen dabei nicht einschlafen. Denn stellt euch mal eine Braut vor, die vor dem Altar steht und auf ihren Bräutigam wartet und auf einmal kommt der Bräutigam rein und sieht, dass seine Frau eingeschlafen ist bei der Hochzeit. Ich glaube, ob dann der Bräutigam sie noch heiraten möchte, das wage ich wirklich stark zu bezweifeln, denn er würde sehen, dass die Hochzeit für diese Braut ja gar nicht so wichtig ist, sonst wäre sie ja wach geblieben und nicht eingeschlafen. Schauen wir uns das nächste Beispiel an und schauen wir mal, wer klug und weise ist und wer laut Bibel töricht ist. Schauen wir zunächst mal, was Jesus in Markus 4, Vers 11 sagte. Dort heißt es, Wir schauen uns nun ein Beispiel an, was es ausmacht, töricht zu sein. Und das heißt natürlich vor allem, Menschengeboten mehr zu folgen als den Geboten Gottes, weil wir ja Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Dazu schauen wir uns mal ein Beispiel an, wer laut Bibel töricht ist. Wir lesen in Jeremia 10, Abvers 2, Hier lesen wir also von einem Brauch der Heiden. Von einem Menschengebot oder von einem Fest von Menschen, das sehr stark an Weihnachten erinnert, denn auch im Dezember gehen wir oder viele in den Wald und hauen dort irgendeinen Tannenbaum ab und tun es mit dem Schnitzelmesser schön zurechtschneiden. Sie verzieren es dann noch mit Silber, Gold und Lemetta und alles, was dazu gehört. Oben irgendwie noch so eine Spitze dran. Sie befestigen es mit Hämmern und Nägeln, damit der Tannenbaum auch schön gerade steht und nicht wackelt, nicht zu viel nach links, nicht zu viel nach rechts und genau das ist es, was Gott beschreibt, was dumm und töricht ist, weil wir die Feste und Gebote Gottes halten sollen und nicht die Feste und Gebote und Traditionen von Menschen. Wer so etwas tut, ist also laut Bibel dumm und töricht, also schauen wir mal, was die Bibel sagt über diejenigen, die weise und klug sind, damit wir uns darin ein Beispiel nehmen. So heißt es im Psalm 19 ab Vers 8 und in Sprüche 10 Vers 8 Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Wer ein weises Herz hat, nimmt Gebote an, nämlich Gebote Gottes. Aber ein Narrenmund kommt zu Fall. Und wir haben ja gesehen, was Jesus sagte. Er sagte, sie haben Augen und sehen doch nicht, aber wir sehen hier, dass das Gebot des Herrn die Augen erleuchtet, damit wir auch sehen in der Finsternis. Und wir sehen außerdem, dass die Gebote und Bräuche der Heiden nichtig sind, aber die Befehle des Herrn richtig sind. Und deswegen müssen wir uns, wie gesagt, an den Geboten und Festen Gottes mehr orientieren, als an den Bräuchen der Heiden, die sowieso im Königreich des Messias abgeschafft werden. Schauen wir nun mal, was es mit den Lampen auf sich hat. Denn wir haben ja gelesen, dass fünf Jungfrauen klug waren, weil sie nicht nur ihre Lampen dabei hatten, sondern auch das Öl dazu. Und fünf Jungfrauen waren töricht, weil sie zwei Lampen hatten, aber kein Öl. Und deswegen ist ihr Licht ausgegangen in der Endzeit. Und das darf uns natürlich nicht passieren. Bevor wir uns genauer mit dem Öl beschäftigen, schauen wir uns also jetzt mal an, was es mit den Lampen auf sich hat. Wir schauen dazu in den Tempel Gottes und die Menorah, schauen wir uns etwas genauer an. Denn im zweiten Buch Mose, Kapitel 27, Abvers 20, heißt es über den siebenarmigen Leuchter. Und du sollst den Kindern Israels gebieten, zu denen wir als Christen ja gehören, zum Haus Israel, dass sie dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann. Das ist auch ein Unterschied zu den Kerzen, die gehen ja irgendwann mal aus. Aber dieser siebenarmige Leuchter im Tempel Gottes, der hatte beständig Licht, weil sie auch genug Öl hatten und damit das Licht immer konstant zum Leuchten gebracht haben und dieses Licht im Tempel Gottes niemals ausging. Und heute ist es natürlich so, dass wir keinen Tempel Gottes in Jerusalem haben, aber da gibt es natürlich eine Alternative dazu und das sind wir, der in dem Neuen Testament heißt es in Johannes 16, Vers 13 und im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19. Und wir wissen ja, dass auch der Heilige Geist oft mit Öl in Verbindung gebracht wird. Und laut Apostelgeschichte 2 an Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde und viele auf einmal in anderen Sprachen reden konnten und auf ihrer Zunge war es wie ein Feuer. Und wenn der Heilige Geist hier mit dem Geist der Wahrheit bezeichnet wird, dann wird er auch uns in die ganze Wahrheit leiten. Also müssen wir uns mal anschauen, was laut Bibel die Wahrheit ist, denn nicht alle, die sagen, dass sie die Wahrheit predigen, haben auch die Wahrheit, weil sie eine Wahrheit predigen, die nicht mit der Bibel vereinbar ist, wie zum Beispiel Menschengebote. So heißt es im Psalm 119, Vers 142 und in Vers 151, dein Gesetz ist die Wahrheit, alle deine Gebote sind die Wahrheit. Das Gesetz Gottes ist die Wahrheit und alle Gebote des Gesetzes Gottes sind die Wahrheit und deswegen soll der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, uns in die ganze Wahrheit leiten, nämlich in die Tora, in die Gebote unseres Allmächtigen Gottes. Und nicht in die Gebote von Menschen, wie wir jetzt die Osterhasen schmücken sollen oder den Tannenbaum schmücken sollen. Das sind Gebräuche der Heiden, die wie gesagt nichtig sind, während die Gebote Gottes richtig sind. Schauen wir uns aber mal zwei weitere Verse an, nämlich Psalm 119, Vers 105 und Sprüche 6, Vers 23, wo geschrieben steht, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, denn das Gebot, das Gebot Gottes ist eine Leuchte und das Gesetz Gottes ist ein Licht. Und deswegen hoffe ich, wie gesagt, dass auch euch ein Licht aufgeht, denn auch Jesus ist ja das Licht der Welt, weil er sich am Licht Gottes orientiert hat, nämlich am Gesetz Gottes und immer das Licht der Gebote Gottes gehalten hat und deswegen auch sein Licht geleuchtet hat. Und deswegen sagte Jesus auch, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, weil er sich an der Wahrheit orientiert hat, nämlich am Gesetz Gottes und an den Geboten Gottes, die laut Psalm 119 die Wahrheit sind. Die Konsequenz des Heiligen Geistes in uns muss also sein, dass wir unserem Glauben auch Werke folgen lassen, weil Glaube ohne Werke laut Bibel tot ist und Jesus sagte, dass man uns an unseren Früchten erkennen wird. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 27, haben wir gelesen, dass reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter gebraucht wurden, damit dadurch der Leuchter im Tempel Gottes auch beständiges Licht hat und nicht ausgeht. So müssen auch wir unser Licht leuchten lassen vor den Menschen, damit die Menschen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Schauen wir mal ins Alte Testament und schauen wir uns mal eine Prophezeiung an, auf die auch Jesus eingegangen ist. Schauen wir zunächst mal in Jeremia 11, Vers 16 und in Jesaja 24, Vers 13, wo geschrieben steht, Ja, so wird es geschehen im Land und unter den Leuten, wie wenn man Oliven abklopft oder wie bei der Nachlese, wenn die Weinernte zu Ende ist. Jene übrig gebliebenen von der Ernte aber werden ihre Stimme erheben und frohlocken. Denn einen grünen Ölbaum mit schöner, wohlgestalteter Frucht hat dich der Herr genannt, nämlich das Volk Gottes. Mit mächtigem Brausen legt er aber nun Feuer an ihn. Das Volk Gottes wird also mit einem Ölbaum verglichen, der gute Frucht bringt und so sind auch wir das Volk Gottes, also praktisch Ölbäume, die an den guten Früchten erkannt werden. Deswegen kann niemand sagen, wenn er glaubt, dass er nichts mehr zu tun hat, denn in der Tat müssen wir etwas tun, nämlich den Willen Gottes tun, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Schauen wir mal, was Jesus dazu zu sagen hat, nämlich in Matthäus 7, Vers 19 und in Kapitel 13, Vers 39, wo geschrieben steht, Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und wir sind ja Ölbäume, die gute Früchte bringen sollen. Deswegen sagte Jesus, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen, nämlich an ihren guten Werken, die mit den Geboten Gottes übereinstimmen. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit, also die Weinernte, die zu Ende geht, laut Jeremia 11. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen, nämlich Jesus, wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben, die also keine guten Früchte bringen, aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Ich bete dafür, dass einige diese Warnungen des Messias auch ernst nehmen und nicht auf die leichte Schulter. Schauen wir uns die nächsten Verse an, nämlich die Verse 6 bis 8 aus Matthäus 25, wie es in diesem Gleichnis der zehn Jungfrauen weitergeht. Jesus sagte, um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, Jesus kommt, geht aus, ihm entgegen. Der erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törrichten aber sprachen zu den klugen Jungfrauen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Was das zu bedeuten hat, werden wir gleich sehen. Wir schauen uns auch hier erstmal chronologisch an, was geschieht, denn die Wiederkunft des Herrn geschieht sozusagen um Mitternacht. So sagt auch Jesus, dass er zu einer Zeit kommt, in der wir es nicht erwarten. Und es ist sehr ungewöhnlich, zwar für einen Bräutigam, um Mitternacht zu kommen, um seine Braut zu heiraten, aber was bei den Menschen nicht möglich ist oder nicht gemacht wird, das macht Gott und ist bei Gott möglich. Schauen wir mal, was außerdem um Mitternacht geschah. Wir schauen in 2. Buch Mose, Kapitel 11, Abvers 4, wo es heißt, So spricht der Herr, um Mitternacht will ich mitten durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten soll sterben. Hier geht es um die letzte der 10 Plagen, die damals auf Ägypten ausgegossen wurden, als Israel in ägyptischer Sklaverei lebte. Und nur die, die den Worten Gottes gehorsam waren, wurden von dieser Plage verschont. Und es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, dass der Bräutigam jetzt für seine Braut kommt um Mitternacht, aber Jesus sagte ja auch, dass er zu einer Zeit kommt, wo wir es nicht erwarten. Und deswegen müssen wir wachsam bleiben und nicht einschlafen und unser Licht leuchten lassen, damit es nicht ausgeht. Auch im 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 2 heißt es, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Ein normaler Dieb würde auch irgendwann in der Nacht bei jemandem einbrechen, um etwas zu stehlen und hofft dabei natürlich, dass die Hausbewohner nicht da sind oder am Schlafen sind. Aber anders ist unser Herr und Erlöser Jesus Christus, denn der kommt wie ein Dieb in der Nacht, aber er wird uns am Licht erkennen, dass wir in unserem Haus Leuchten haben und wir sollen ja das Licht der Welt sein, so wie Jesus das Licht der Welt ist. Das ist auch ein Unterschied zu einem normalen Dieb und zu unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Deswegen, das Licht muss brennen und darf nicht ausgehen, denn wenn das Licht ausgeht, ist die Gefahr groß, dass wir einschlafen, deswegen sollen wir das Licht immer anhaben, symbolisch betrachtet, damit wir eben nicht einschlafen und wachsam sind. Schauen wir mal, was Jesus sagt in Matthäus 5 und schauen wir danach noch ins 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Abvers 6, wo geschrieben steht, Wenn wir aber im Licht wandeln, in den Geboten Gottes, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und wir haben ja vorhin gelesen, dass das Gebot Gottes eine Leuchte ist und dass das Gesetz Gottes ein Licht ist und dazu schauen wir uns mal jetzt genau das Gegenteil an, nämlich wenn jemand in der Finsternis wandelt, weil dann das Licht ausgeht. In Sprüche 13, Vers 9 heißt es, Das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gesetzlosen erlischt, genauso wie bei den törichten Jungfrauen, deren Lampen erloschen sind. Und dieser Vers ist so eindeutig, dass ich ihn einfach nochmal wiederholen möchte, was ich eigentlich ja sonst nie mache, das Licht der Gerechten brennt fröhlich, aber die Leuchte der Gesetzlosen erlischt. Denn, 1. Johannes 2, Vers 4, wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht, nämlich das Gesetz und die Gebote Gottes. Und eines der Gebote Gottes ist das vierte Gebot, nämlich den Sabbat zu halten, nämlich den siebten Tag der Woche. Heute hat das Christentum dieses Gebot aufgelöst und durch den Sonntag ersetzt, also durch den ersten Tag der Woche, denn laut heidnischem Kalender ist der Sonntag der siebte Tag der Woche, vielleicht für viele, doch laut Bibel ist der Sonntag der erste Tag der Woche und der Samstag der siebte Tag der Woche, weswegen wir auch hier den Traditionen von Menschen Ade sagen müssen und zurückkehren sollen zu den ersten Werken der Christen, die den Sabbat gehalten haben, den siebten Tag der Woche. In Offenbarung 2, Vers 5 heißt es, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue wieder die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Und die ersten Werke, die wir tun sollen, sind auch die Werke, die die ersten Christen getan haben, die alle den Schabbat gehalten haben, den siebten Tag der Woche und nicht den Sonntag, den ersten Tag der Woche. Wir lesen dazu in Apostelgeschichte 13, Vers 42, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, die Juden waren also nicht mehr in der Versammlung, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündigt würden. Und genau das wünsche ich mir auch heute von den Heidenchristen, die wir ja keine Juden sind, dass wir die Gebote Gottes wieder befolgen und wieder den Schabbat halten und wieder darum bitten, dass wir am Schabbat das Wort Gottes verkündigt bekommen und nicht mehr am Sonntag, weil wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Schauen wir dazu in Hebräer 4, Vers 9, wo geschrieben steht, also bleibt dem Volk Gottes, und dazu gehören wir als Christen natürlich auch, noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, in die Ruhe Gottes, der ruht auch selbst von seinen Werken gleich wie Gott, von den Seinen. Und wie hat Gott von seinen Werken geruht? Hat Gott am ersten Tag der Woche geruht? Schauen wir mal ins erste Buch Mose, Kapitel 2, Vers 2, wo geschrieben steht, Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, nämlich die Schöpfung. Und er, nämlich Gott, ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Und was tun wir Christen? Wir entheiligen den Schabbat und haben ihn ersetzt durch den Sonntag, den ersten Tag der Woche. Schauen wir uns nun die letzten Verse über das Gleichnis der zehn Jungfrauen an und schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn Jesus sagt in Matthäus 25, Vers 10, Während sie, die törrigen Jungfrauen, aber hingingen, um zu kaufen, nämlich um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen, die törrigen nämlich, und sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Er aber beantwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, darum wacht. Und wir sehen hier, also wir gehen auch hier wieder chronologisch vor, dass die törrigen Jungfrauen hingingen, um Öl zu kaufen, als könnte man den Heiligen Geist und die damit verbundenen guten Werke, die guten Früchte der Gebote Gottes kaufen, was natürlich in der Tat töricht ist. Dazu finden wir auch ein Beispiel wieder in Apostelgeschichte 8, ab Vers 18, wo geschrieben steht, Als aber Simon, nämlich Simon der Zauberer, sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir von dieser Vollmacht. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Simon der Zauberer war anscheinend genauso töricht, wie die fünf Jungfrauen, die meinten, sie könnten den Heiligen Geist und die damit verbundenen guten Werke kaufen, was natürlich absoluter Blödsinn ist. Wir lesen außerdem, dass die Tür für diese fünf törichten Jungfrauen danach verschlossen wurde und Jesus sagte ja, wie es in den Zeiten Noas war, so wird es auch sein bei der Wiederkunft des Herrn. Und wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 7, Abvers 15, Und sie gingen zu Noah in die Arche, und der Herr schloss hinter ihm zu. Und so wird auch die Tür, in der in Zeit für einige geschlossen werden, wenn der Herr zurückkommt, weswegen wir auf jeden Fall, wie gesagt, unser Licht leuchten lassen sollen, damit wir auch dem Licht folgen, nämlich den Geboten Gottes, und damit auch unser Licht hier in dieser Welt verbreiten, damit auch andere erleuchtet werden von unserem Licht. Wir haben außerdem gelesen, dass diese törichten Jungfrauen sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Aber der Herr sprach, ich kenne euch nicht. Und auch dazu finden wir eine Stelle wieder von Jesus Christus, die uns sehr bekannt ist, nämlich Matthäus 7, Vers 23, wo geschrieben steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann werde ich ihn bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Und genau dasselbe sagt er ja auch zu den fünf törichten Jungfrauen, die kein Licht mehr haben, weil das Licht das Gesetz Gottes ist, und deswegen sagt er auch zu den Gesetzlosen, dass er sie ebenfalls nie gekannt hat. Wir sehen also, wie wichtig die Gebote des Gesetzes Gottes sind, deswegen müssen wir daran festhalten, damit wir auch ein Licht sein können in dieser Welt voller Finsternis, damit andere sich daran ein Beispiel nehmen und auch von unserem Licht erleuchtet werden in der Endzeit. Deswegen müssen wir uns ein Beispiel am Psalm 119, Vers 115 nehmen und auch wir müssen sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, denn ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Denn, Offenbarung 14, Vers 12, hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen, hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren, nämlich bis zur Wiederkunft des Herrn. Deswegen müssen wir auch unser Licht leuchten lassen und alles, was Gott gehört, ist heilig. Deswegen ist sein Sohn heilig. Deswegen ist das Gesetz heilig, gerecht und gut, laut Paulus. Und deswegen ist auch sein Volk heilig. Deswegen müssen auch wir heilig sein. Und das werden wir nicht, wenn wir die Gesetzlosigkeit predigen, sondern wenn wir die Gebote Gottes halten, tun und lehren. Nun werden einige Christen vielleicht denken, ja, aber wie soll das Ganze am Ende vonstatten gehen? Denn die Gesetzlosigkeit nimmt ja auch heute schon überhand. Und diejenigen, die die Gebote Gottes halten wollen, werden wiederum von anderen gesetzlosen Christen attackiert und als Hebrew-Root-Sekte, als Satanisten oder als Irrlehrer bezeichnet, was natürlich laut Bibel nicht der Fall ist, aber für diese gesetzlosen Christen auf jeden Fall zur Tagesordnung gehört. Also wie soll das am Ende vonstatten gehen? Nun, wir wissen, unser Gott ist heilig, gerecht, gut und vor allem auch sehr gnädig und möchte, dass am besten alle Menschen gerettet werden, was laut Bibel leider nicht der Fall sein wird. Und deswegen schickt er auch nochmal als letzte Warnung an die Menschheit seine zwei Endzeit-Propheten, die wir bereits in einem anderen Video als Hesekiel und Johannes identifiziert haben. Und über die heißt es in Saharia 4, Vers 1, Da kam der Engel wieder, der mit mir zu reden pflegte und weckte mich auf, wie einen, der aus seinem Schlaf geweckt wird. Und so müssen natürlich auch wir aus unserem Tiefschlaf der Gesetzlosigkeit, in dem wir uns befinden, aufgeweckt werden. Und er fragte mich also der Engel, was siehst du? Ich sprach, ich sehe und siehe ein Leuchter ganz aus Gold und sein Ölgefäß oben darauf und seine sieben Lampen daran und sieben Gießrohre zu den sieben Lampen, die oben auf ihm sind und zwei Ölbäume dabei. Das, die zwei Ölbäume, sind die beiden Söhne des Öls, die vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Diese zwei Endzeit-Propheten werden unter anderem deswegen auch als zwei Ölbäume bezeichnet, weil sie eben gute Früchte bringen und deswegen auch als zwei Ölbäume bezeichnet werden und als Söhne des Öls. Denn die werden nicht die Gesetzlosigkeit lehren, sondern das Halten der Gebote Gottes und damit könnte die Möglichkeit bestehen, einigen, deren Licht ausgegangen ist, neues Öl einzupflanzen sozusagen, damit ihre Lampen wieder angehen, sowie auch diese zwei Ölbäume leuchten in der Finsternis der Endzeit. Schauen wir ins Neue Testament, was dort über die zwei Endzeit-Propheten gesagt wird. In Offenbarung heißt es, in Kapitel 11, ab Vers 3, Und ich will meinen zwei Zeugen geben, nämlich den zwei Endzeit-Propheten Gottes, dass die Weissagen werden 1260 Tage lang, also dreieinhalb Jahre, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, nämlich der Antichrist, aus dem Abgrund heraufsteigen, mit ihnen Krieg führen und wird sie überwinden und sie töten. Und die auf der Erde wohnen, werden einander Geschenke schicken, wie an Weihnachten, weil diese zwei Propheten Gottes diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Und was vielen Menschen noch nicht aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass es heute zu einer Erweckung kommt, nicht nur im Haus Judah, denn viele Juden erkennen ja mittlerweile, dass Jesus der Messias ist, sondern es kommt auch zu einer Erweckung, die mit Gottes Hilfe noch weiter geht, in der Christen erkennen, dass sie die Gebote Gottes halten müssen, damit zusammenkommt, was zusammen gehört, das Haus Judah, die die Gebote Gottes haben und noch nicht an Jesus glauben, und das Haus Israel die Christen, die an Jesus glauben, aber noch nicht die Gebote Gottes halten. Am Ende wird das Ganze zu einem Holzstab zusammengefügt werden und dann werden wir eins sein in der Hand des Messias, dann werden wir eins sein mit dem himmlischen Vater, so wie der Sohn Gottes eins ist mit dem Volk Gottes und seinem Vater. Deswegen müssen wir wachsam bleiben und aufwachen endlich aus der Phase der Gesetzlosigkeit, denn die Zeit der Gerechtigkeit ist angebrochen und die Gebote Gottes kommen ans Tageslicht. In Epheser 5, Vers 14 und in Offenbarung 21, Vers 23 heißt es, Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Und die Stadt, das neue Jerusalem, bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, das sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm, nämlich Jesus Christus. So wie der Tempel Gottes von der Menorah erleuchtet wurde, die beständig Licht hatte, so wird auch das neue Jerusalem erleuchtet werden durch die Herrlichkeit Gottes und dem König der Könige Jesus Christus, das ebenfalls beständiges Licht ins neue Jerusalem bringt, damit wir eins sind mit dem Licht Gottes, Jesus Christus. Und so hoffe ich, dass auch euch mit Gottes Hilfe während des Videos ein Licht aufgegangen ist und dass auch ihr mit der Herrlichkeit Gottes erleuchtet werdet, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so möchte ich auch euch segnen mit Worten aus der Bibel, die wir im vierten Buch Mose, Kapitel 6, Abvers 24 wiederfinden, wo es heißt, Auch das wünsche ich euch, den Frieden Gottes, den Schalom des Allmächtigen. Und so sehen wir uns dann eines Tages wieder im Königreich Gottes auf Erden mit Jesus Christus, unserem Herrn im neuen Jerusalem. Und das war es dann auch für heute mit diesem Video, mit diesem wichtigen Thema, das Gleichnis der zehn Jungfrauen, seid gesegnet und die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war, ist und bleibt in alle Ewigkeit, der Sohn Gottes Jesus Christus und die Gebote des himmlischen Vaters, die der Sohn Gottes immer gehalten hat, die Gebote der Tora. Amen und bis zum nächsten Mal. Das war es dann auch für heute mit Jesus Christus und die Gebote des Himmlischen Vaters, die